Willkommen bei Kathis Table. Wenn uns der König des Waldes seine Leber schenkt, dann kommen wir in den besonderen Genuss von Hirschleber. Diese Delikatesse hat sich auf besondere Zutaten verdient und das werden heute frische Feigen und dieser köstliche Brombeer-Essig sein. Komm mit zu Kathis Table, denn Kochen macht Freude! Musik 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 UNTERTITELUNG 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 des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020